Hey! Und in diesem Screencast kümmern wir uns mal darum, dass die Länder hier auf der Karte, die aktuell noch gleichgestaltet sind, eine Einschärbung bekommen, die den Werten entspricht, die ihnen auch hier in Form der Attribute schon zugewiesen sind. Also ihr seht hier, wenn wir Schweden mal anklicken, da sind ja eine Menge Attribute und Werte vorhanden und die können wir eben auch alle in den Flächen darstellen. Wenn ich jetzt hier mal fix die Attribut-Tabelle öffne, da seht ihr das ja auch noch mal ganz gut, dass also jedes Objekt in der Karte, in diesem Beispiel sind das also Länder, einer Zeile in der Attribut-Tabelle entspricht. Wenn ich jetzt also hier mal Deutschland anklicke, dann kann ich ja hier auch einfach mal darauf zoomen. Da seht ihr also, dass auch immer eine Verbindung vorhanden ist zwischen Einträgen in der Karte und der Tabelle und jedem Objekt, jedem Land sind Attribute zugewiesen. Das sind etwa die Bevölkerungszeile, Geburten- und Sterbefälle und das Bruttoinlandsprodukt aus 2019. Und das möchte ich nun in dieser Übung mal mit euch zusammen darstellen. Ihr seht also, für fast alle Länder sind da Werte. In einem Fall ist es hier nur, ist kein Wert vorhanden. Das heißt, dieses Land hat an Eurostat keine Daten geliefert. Da haben wir halt nichts, da können wir auch nicht gestalten. Aber alle anderen Länder werden klappen. Und das macht ihr ganz einfach, indem ihr hier mit der Maus wieder über den Layer geht, den ihr gestalten möchtet. Hier dieser dritte Button ist der Button Style ändern. Und wenn ihr den auswählt, dann wird euch immer die aktuelle Gestaltung dargestellt. Und die sollte euch nicht wundern. Das ist nur Positionen anzeigen mit dem Einzelsymbol. Das heißt also, alle Länder sind gleich. Ich nutze mal schnell mein Lesezeichen, dass wir wieder alle sehen. Jetzt blende ich mich mal selber aus, denn jetzt werden die Buttons relevant, die hier unten sind. Das stört doch mein Bild nur. Nun könnt ihr hier in diesem Pulldown-Menü die gesamten Spalten der Atributabelle wählen. Ihr findet sie auch alle wieder und wir nehmen das Bruttoinlandsprodukt. ARCIS Online rechnet nun im Hintergrund schon mal aus, was man spannenderweise mit diesen Werten denn so gut machen kann und schlägt euch das dann auch vor. Anzahl und Mengen scheint ihm dabei am sinnvollsten zu sein. Ihr seht es in der Vorschau schon, was passiert. Die Werte werden stufenlos vom niedrigsten zum höchsten dann auch eingefärbt. Eine Alternative wäre eben Anzahl und Mengen. Dann sind hier solche runden Kreissymbole in den Größen variierend. Das kann sinnvoll sein, wenn man etwa zwei Werte gleichzeitig darstellen möchte. Also ihr habt einen Wert hier dargestellt als Farbe in den Flächen und legt einen zweiten Wert drüber mit diesen Kreissymbolen. Habt ihr beide gleichzeitig in einer Karte dargestellt und ist sonst nämlich gar nicht so einfach. Einzelsymbol, das kennt ihr, alle sind gleich und Typen kennt ihr vom letzten Mal. Das macht also Sinn, wenn man Kategorien gebildet hat, etwa verschiedene Straßen und ich möchte, dass der Fußweg anders gestaltet ist als die Wohnstraße und die ist wieder anders gestaltet als die Autobahn und dafür habe ich drei Kategorien geschaffen und die möchte ich darstellen. In diesem Fall würde jetzt jeder Wert in der Tabelle eine eigene Kategorie und das sind so viele, da kann es nichtmals mehr sinnvoll eine Karte gestalten, kommt also hier nicht in Frage und deswegen gehen wir zurück zu Anzahl und Mengen in Farbe. Und wenn ihr diesen Vorschlag ändern wollt, dann geht ihr nochmal auf Optionen und hier könnt ihr jetzt eine Menge machen und das möchte ich euch auch einmal fix zeigen. Geteilt durch macht für unser Bruttoinlandsprodukt gerade keinen Sinn, wenn ihr aber alternativ beispielsweise eine Bevölkerungsdichte darstellen wollt. Und ihr habt die Bevölkerungszahlen in absoluten Zahlen, also Köpfe von Menschen, die in dem Land wohnen und ihr habt die Fläche von dem Land. Dann könnt ihr eben durch Geteilt durch mit diesen beiden Werten die Bevölkerungsdichte darstellen. Das ist also auch sinnvoll, denn es sollte euch jetzt nicht wundern, dass in Deutschland mehr Einwohner sind als in Lichtenstein. Wenn man das jetzt aber in Bezug zur Fläche setzt, dann kann man das wiederum ernsthaft vergleichen. Und das könnt ihr hier auf einen Klick machen. Bei Design, Hoch-zu-Niedrigstädte ist gerade eingestellt, kann man sowas wie Ober- und Unterhalb zum Beispiel wählen. Macht beim Bruttoinlandsprodukt jetzt auch keinen Sinn, aber zum Beispiel bei Entwicklung alles unter Null, was ins Negative geht, wollt ihr zum Beispiel Rot darstellen und alles, was eine positive Entwicklung ist, wollt ihr Grün darstellen. Dann wäre das die richtige Wahl. Wir bleiben aber hoch zu niedrig. Ihr könnt dann hier die dargestellten Farben und Bereiche darstellen. Aktuell wird das bis zu einem Wert von einer Million 313.000 dargestellt und alles, was größer ist, hat die gleiche Farbe. Das heißt, diese Grenze könnt ihr hochsetzen. Und jetzt seht ihr schon eine Variation, dass nämlich Deutschland jetzt dunkler ist als Frankreich und Spanien. Und je weiter man runter geht, ab einem gewissen Grad sind die alle gleich. Und irgendwann hat die Karte keine Aussagekraft mehr. Das heißt also, hier trefft ihr schon kartografische Entscheidungen. Und das ist auch ganz wichtig, das mal zu reflektieren, was man da tut. Genauso könnt ihr Klassen bilden, über Daten klassifizieren. Jetzt werden automatisch schon mal vier Klassen gebildet. Und wie werden die gebildet? Das stellt man hier ein. Und zwar nach verschiedenen statistischen Methoden. Auch die solltet ihr mal reflektieren, was man da eigentlich tut. Denn auch das hat deutliche Auswirkungen auf die Karte. Eine kleine Beschreibung habt ihr hier schon. Im Zweifel einmal ein bisschen Statistik, Grundwissen recherchieren und dann das wählen, was für den Anwendungsfall passend ist. Ich bleibe mal bei natürlich Unterbrechungen. Wenn ihr die Klassenanzahl verändert, dann passiert das auch sofort in der Live-Vorschau hier in der Karte. Das heißt, da könnt ihr auch mal gucken, was passiert. Genauso was passiert, wenn man rundet. Und erinnert euch, wir hatten ja ein Land, was keine Werte hatte. Aktuell wird das einfach überhaupt nicht angezeigt. Jetzt könnte man sagen, dass solche Länder ohne Werte immer grau sind. Oder ihr könnt auch sagen, ihr wollt die mal bewusst hervorheben und macht die mal rot. Und jetzt müsste man mal gucken, was ist denn da überhaupt? Und man sieht das schon klein und rot. Das ist das kleine niedliche Lichtenstein, was jetzt hier auch sofort in rot markiert ist und damit dann hervorgehoben ist. Wenn ihr das Säge hier wieder wegnehmt, dann seht ihr, dass einfach die Hintergrundkarte durchscheint. Mit dem Lesezeichen kann ich auch wieder zurückgehen auf Europa, das wird wieder alle Länder sehen. Und durchscheinen war schon eine schöne Überleitung. Das nächste ist nämlich die Transparenz. Und mit dem Regler könnt ihr, wenn ihr ihn auf Null setzt, dann auch dafür sorgen, dass alles darunter verschwindet. Und je höher ihr die Transparenz setzt, desto mehr Schein von der Hintergrundkarte oder Objekten, die darunter liegen, auch wieder durch. Ihr seht aber schon, je mehr Transparenz, desto schlechter lesbar wird die Karte. Das heißt, auch das ist eine kartografische Entscheidung. Ich setze es jetzt mal für diesen Fall auf Null. Dann sieht man es ganz gut. Dann können wir noch den sichtbaren Bereich einstellen. Ihr seht das jetzt. Es ist in allen Zoomstufen erkennbar. Wir selber sind gerade hier in der Zoomstufe, wo der schwarze Pfeil ist. Und bei diesem Bruttoinlandsprodukt hier, alle Länder Europas, finde ich, ist das auch so sinnvoll. Ein Gegenbeispiel wäre aber ihr habt Gebäudegrundrisse dargestellt. Da ist es ja sinnvoll, dass man die erkennt, wenn man zum Beispiel den ganzen Stadtteil herangesoomt hat. Aber schon in dem Moment, wo ihr irgendwie den Landkreis stattdessen herangesoomt habt, würde man diese Gebäude eh nicht mehr sehen. Und dann kann man sie auch automatisch ausblenden lassen. Und wenn ihr auf Europaebene seid, sieht man sie noch viel weniger. Das heißt, das könnt ihr hier einstellen. In dem Fall lassen wir es doch mal für die ganze Welt in allen Zoomstufen. Dann könnt ihr noch die Farbe verändern. Da gehen wir noch mal ein Schrittchen hoch und zwar klickt einfach auf Symbole. Wenn wir etwa mal diese Blautöne ablösen wollen durch Grüntöne, dann könnt ihr hier mal so einen Farbverlauf wählen. Von hellgrün nach dunkelgrün. Und den habe ich jetzt mal ganz bewusst gewählt. Denn was passiert jetzt, dass ihr mal kurz schaut, jetzt sind die niedrigen Werte ganz kräftig dargestellt und die hohen Werte ganz blass. Und das verdreht ja eigentlich unser Weltwissen. Und diese Karte würden wir falsch interpretieren. Das heißt, das müssen wir korrigieren. Entweder ihr wählt von vornherein einen anderen Farbverlauf. Gärbe es ja auch. Oder ihr könnt auch den gewählten umdrehen, indem man hier auf diese Pfeilchen klickt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr jetzt haben die hohen Werte kräftige Farben und die niedrigen blasse Farben. Und so ist das auch wieder eindeutiger. Wenn ihr da drunter auf Legende klickt, dann könnt ihr auch noch weiter anpassen. Jetzt könnt ihr nämlich, wenn ihr hier auf die Farbsymbole klickt, auch noch die einzelnen Klassen verändern. Und das könnte ja spannend sein, wenn ihr jetzt den höchsten Wert mal ganz bewusst in einem knalligen Pink darstellen wollt, damit das so richtig hervorsticht, damit es in den Augen weh tut, dann habt ihr das genau hier gemacht. Ihr könntet auch, wenn man da hier so reinklickt, hier die Beschriftung dieser Klasse noch mal ändern. Aber damit ändert ihr nicht die Einstellung zu den Klassen, sondern ganz allein die Beschriftung, wie sie nachher in der Legende dargestellt wird. Wollt ihr die Klassengrenzen ändern, dann zurück auf Klassen. Und das könnt ihr wieder hier mal zu Schiebereglern tun. Ja, und das ist alles zur Gestaltung. Wenn ihr das genau so übernehmen wollt, müsst ihr einmal auf OK klicken, dann auf Fertig klicken und dann ist es so eingeloggt. Dann könnt ihr den Layer auch umbenennen, denn jetzt stellt er ja auch wirklich nur das Bruttoinlandsprodukt dar. Und wenn ihr das in der Legende auch ansprechend benennen wollt, dann nennt den Layer doch auch einfach so. Das könnt ihr also jederzeit tun. Ist ja einfach nur ein Text, der da steht. Jetzt ist es BIP mit einer dazu passenden Legende. Und damit habt ihr euch wirklich eine sinnvolle Darstellung des Bruttoinlandsproduktes gebaut. Nun habt ihr noch eine Menge Mehrwerte in der Tabelle. Auch damit könnt ihr gestalten. Entweder ihr überschreibt es, dann ist das Bruttoinlandsprodukt weg. Wenn ihr das aber behalten wollt, dann könnt ihr euch diesen ganzen Layer einmal kopieren. Dann taucht ein Klon davon hier auf. Das ist die gleiche Tabelle, das ist der gleiche Layer, aber ihr könnt eine neue Gestaltung machen. Und dann könnt ihr den auch gleich umbenennen, dass ihr auch wisst, was ihr da macht. Und meine Idee wäre, dass ihr jetzt gleich mal alleine die Bevölkerungsdichte ausrechnet. Dann könnt ihr nämlich auch dieses Geteilt-Feature einmal benutzen. Das heißt, den Bruttoinlandsprodukt-Layer, den könnt ihr jetzt erstmal beiseite legen. Von mir aus auch ausblenden, denn die überlagern sicher. Und dann geht ihr wieder auf die Gestaltung, wählt euch hier aus den Spalten entweder Bevölkerungsdichte oder die Fläche aus. Schaut mal, was man braucht, um die Bevölkerungsdichte auszurechnen. Und dann geht das Ganze von vorne los. Ihr passt die Gestaltung an und möchtet in der Kombination eben aus Fläche und Bevölkerungszahl die Dichte darstellen. Und was ähnliches könnt ihr etwa auch machen mit dem Verhältnis von Elektrofahrzeugen zu normalen PKWs im Land. Auch das könnte man auch darstellen. Auch das probiert ihr gleich mal. Und damit habt ihr eine Menge Handwerkszeug. Ich denke, wir sehen uns überhaupt erst im nächsten Projekt wieder. Damit erstmal viel Erfolg und viel Spaß hier mit der Kartengestaltung und bis bald. Macht's gut! Götter Giotter Götter Vielen Dank.